ja hallo willkommen zurück wir sind ja im urwald würde ich mal so sagen angekommen hier da ist einer unten drunter links wo hast du denn die kiste gesehen gegenüber also ist die schweißbombe da ist noch eine kiste auf der falschen seite auf jeden fall wir gehen jetzt rum auf die andere die bots nerven schon manchmal ne an dann die 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 nutzen sie befehl query an einem terminal um informationen über key black 281 hatten wir doch eben ein da wo wir kam da war doch ein terminal da gucken wir mal hier sind mehr herkommen die kiste ist immer nicht offen naja aber jetzt habe ich ein schweißgerät das ist gut also jetzt müssen wir hier rum zurück gehen ja genau da ist auch was also zone 89 ist dieser key da müssen wir ja dann wieder da lang lassen wir uns eine tür finden die nach zone 89 führt ja war nicht in die andere richtung hier hinten noch nicht nur eine tür ne hier ist die store 89 links von uns da wo die zwei typen vorstehen also sehen ja ist es wieder messer geschossen Was ist das? ich bin anscheinend da unten irgendwie nicht da Ok, ok Ok, ok Ok, ok wasser das wasser das wasser ist wasser 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 das ist Ja! die kaffee würde ich sagen ist gar nicht so schlecht bis jetzt ne ich finde auch dass sie gelungen ist so aria-a ist der key ich denke dass so weit wieder moni brauche ich hab kaum das ist alles oh und wieder harmonie habe ich auch 25 schuss ein schuss ist halt jetzt habe ich da ordentlich aber ein tiefer vielleicht ja bist du bei mir so botte bei dir ist da steht sowas wie ronny bei medipack habe ich jetzt tja ich sehe sonst nichts mehr hier aber ich kann auch schon mal auf die lkw klettern da kriege ich schon auch irgendwelche sachen also ein bisschen zu hoch da waren wir schon die richtung aber nicht da ist eine box die ist schon offen hier geht eine treppe hoch ich habe in den kiel oder wenn wir weiter oben gucken vielleicht gibt es da noch was da gibt es da ist irgendwas das sieht nicht positive aus ich konnte mit einem schuss kriegen ja schieß jetzt ist meine muni weg so dann nimmst du jetzt als nächstes das baby dann schieß ich was war das ich muss ach so ich muss sie müssen die schlüsselkarte benutzen genau da ist eine kiste da ist muni drin hier nimmt ihr wo ist da hin? ach nach da hin da wo es leuchtet küsst mich da wo es leuchtet küsst du mal einer? munition auf der rechten seite küsst Weg. Hm, super. Das hat sich ja vor so lohnt. Hier kann man wieder runter gehen, ne? Und wo muss ja die nächste Tür sein? Ab unten war auch eine Tür. Nur stand drauf? Ja, hab ich gesehen. Ich hab nur aus den Augen gesehen, wir gesehen, dass die Tür... Hier ist die Tür. Das ist die richtige. Irgends? Hör ich irgendwas? Das hier ist auf jeden Fall eine Sargasse. Und da muss man die andere reichen. Und ist wieder so ein Vieh mit langen Haaren. Hm, lecker. Das war, glaube ich, nicht so gut. Und... Bollocks. Get ready. Das Viecher, hast du eigentlich gekriegt? Mhm. Hab ich. Aber leider ist es zu spät. Also, am nächsten Mal mit der Scout. Also, am nächsten Mal mit der Scout. Auch wenn du das hast. Was war das? Ich bin gut, ich bin einfach... Ich sprung einfach mal... Ich sprung einfach mal oder was? Ja ja. Du musst auch irgendwo einen Weg runter gehen. Da war einer von 8 da unten. Da. Da. ich bin jetzt in den raum ok hier bin ich wo ist man lang wieder hoch da hinten ist die tür ich wollte noch gucken ob hier noch muni ist oder sowas ja da ist was ist in der kiste und fahrrad oder also ein refill pack keine ahnung was das bewirkt ein refill pack das ist unser baby da hinten ist die tür und da sind nachschub punkt ich stehe das ist schon punkt bis jetzt nicht ich denke wir müssen hier zu den türen das glaube ich wieder da wo angefangen haben oder ja türe geradeaus die man nicht haben wir hier unten dem bereich haben wir noch nicht und hier ist die tür in welchem bereich müssen wir denn hin auch hier ist die tür das ist wieder so ein komisch fisch bestimmt okay 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 Das ist gut. Okay, das ist kein Mooney mehr. Baby ist auf der Treppe. Soll ich den Spieler nehmen oder was? Ne, ich nehm. Ich hab gar keine Mooney mehr. Oh, der Spezialwaffe. Ah, hier geht's weiter. Ja, ja, das ist so ein Geschütztorben, glaub ich. Da ist einer hier. Da würde ich ja gerne, aber da steht auch meine Mooney. Was haben wir denn? Neh. Ah, da unten ist die Tür. Und da ist die Tür. Gucken wir jetzt aber auch, oder? Und da ist die Tür. Und da ist die Tür. Hole. Oh, was hat das Video gesagt? Oh, was hat das Video gemacht? Ich habe nicht angerufen. wird jetzt gleich gar kassi 95 brauchen wir auch nicht. Aber er ist frei. Also ist die Tür auf der anderen Seite. Ist auch immer so, oder? Ist meistens so, ja. Und nur um oder um? Ich werde mal unten rum. Wer hat Türbein? Aber wo ist hier wieder was? Auch nicht die richtige Tür. Tja. Dann weiß ich jetzt nicht, wo lang. Das war 95, 94, 93. Ist nichts. Hallo. Hallo. Ganz allein? Was ist mit euch los? Wie? Sind wir doch Freitag, so machen. Ich dachte, ihr spielt Red Dead Redemption. Wir haben ja gesagt, wie... Ich weiß, wie ich zugehört, oder was? Wir haben doch gesagt, wir fragen den Micha, ob er Lust drauf hat. Und wenn er keine Lust drauf hat, spielen wir es auch nicht. Hey, hey, are you listening? Ich habe ja auch zwei Nullschleifte. Ich habe gedacht, ich habe ein Problem. Keine Fehler. Du kannst etwas für mich finden. Ach, ich kriege gar nichts. Wir brauchen einen Hydrokinetic Fluid Collection Case. Ich weiß nicht, was es aussieht, aber... Es wird ein, woanders in deiner Zone. Ja, okay. Es wird in die orange Schuttlebox. Es sollte ein dabei sein. Ein Sammelbehälter in Zone 93, was wir finden. Wie lange spielt denn das? Ich glaube, es hat nochmal ein WW online. Das war es. Ja, ich sag mal... Wenigstens bis 10, ne? 11, so rum. Hier ist 93, ich habe es. nutzen den befehl ist zähl alle verfügbaren power cells zu finden wo ist jetzt terminal war noch hier runter und da war weiter bei der mitte ich sehe ja wenn du wohn kommen solltest dann das wäre auf jeden fall noch einer der mitte aber ist sie haben und was macht die mission 94 auf die andere seite richtung zone 94 das andere tor ich gucke noch mal nach wie hier die zelle noch mal heißt das war zell 930 links das meint mit oben drin links links steht immer irgendwas also etwas noch mal fallen ich hatte den behälter vergessen ich kann ja auch mit leben du hast doch mal muni oder nicht also meine mitte guckt ich gehe mal bitte gucken ob da noch irgendwas ist wahrscheinlich ja ist dann im sonnen hier ist nix mehr ich hab gedacht da wäre noch was aber war nichts mehr so was gehört was schlimm ist du hast hier überall die geräusche das ist keiner ja das ist das spannende daran ich verstehe hier ist 94 und wir ob wir die zelle finden das seht ihr in der nächsten folge bis dann tschüss